Also wenn ich jetzt da und dann da und dann hier runtergehe von da oben... Oh, ja, herzlich willkommen zurück bei Infra, einer weiteren Folge des Rätselratens und vor allen Dingen des Schalters lösen. Ja, ihr habt gesagt, geschrieben, ich soll mir diese Schaltung doch einfach mal angucken und versuchen diesen Button 1 mal auf 0 zu setzen. Hä? Habe ich gedacht. Wir können ja mal... Nee, der alle oben, da alle oben, da alle oben, da alle oben, alle oben. Hier alle unten. Systematisch in irgendeiner Weise vorgehen. Keine Ahnung. Ob das systematisch ist, weiß ich nicht. Jetzt sind sie zumindest alle an. Hier nochmal alle nach oben. Ich weiß nicht. Ich meine, wir können es immer wieder ausprobieren. Das ist jetzt erstmal Tüftel, die Tüftel. Bringt nix. Und ich denke mal, wenn wir das richtig haben, dann wird da auch irgendwas kommen. Irgendein Geräusch, irgendeine Tüte. Äh, eine Tute. So, passt auf. Wir fangen mal an. A geht 1, wäre jetzt da oben. Wäre jetzt, würde ich jetzt sagen, rot. Nein, blau. Rot. Aber warum? Jetzt ist blau. Blau. Sollen wir jetzt sagen, dass die hier dann verbunden sind, hier unten, die beiden? Und wenn die verbunden sind, sind die oberen beiden verbunden, oder wie? Soll man das jetzt so sehen? Dann müssten wir jetzt den hier verfolgen. Und der geht hier irgendwo anders hin, wo ich nicht hingehe. Da oben, da. Der geht da unten, da unten rein. So, jetzt sind die beiden verbunden. Was heißt, der geht dann da drauf. Nehme ich den jetzt hier weg, müsste das Licht unten ausgehen. Geht es aber nicht. Äh, das ist ein seltsames Spiel, oder? So wie die Liebe. So. Wenn ich den jetzt wegnehme und nach oben, heißt das jetzt, die Verbindung ist oben geschlossen. Aber ich kriege doch nie... Nie den. Den kriege ich. Den habe ich jetzt nach oben. Den habe ich jetzt auch nach oben. Aber trotz alledem, hat der doch irgendwo noch eine Verbindung. Guck mal, ich habe die jetzt alle weg. Wenn jetzt, sagen wir nach oben, dann sind die beiden geschlossen. Hat der hier unten überhaupt gar keine Eumel mehr? Oder muss ich jetzt Button 1, Button 2? Erster Button, zwei Gates, ja. Und hier ist ja gar nichts. Also... Jetzt habe ich sie wieder alle an. Ich habe sie wieder alle aus. Jetzt habe ich sie wieder alle an. Wenn ich doch nur einen muss... Wenn ich doch nur einen muss... Ich weiß nicht, ey. Ich probiere das jetzt hier tausendmal. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas... Jetzt habe ich nur einen offen. So. Der ist aber immer noch auf rot. Also was soll das jetzt bringen? Da drüben hatte ich ja auch keinen Schalter. Booms. Geht also nicht. Ach, Freunde. Also Gate 4 ist das einzige Gate. Wenn ich das jetzt hier auf blau stelle. Ich verfolge blau. Dann müsste Gate 4 eigentlich zu Button 1 gehen. So. Verfolgen wir das mal. Dann müsste der auf rot, würde ich sagen. Dann geht der hier rein und geht über blau weiter. Seht ihr das auch so? Zack. Und dann haben wir den auf Button 1. Oder nicht? Nein. Dann müsste der auf rot. So. Stopp. Ne. Der muss auf rot. Der muss auf rot. Dann haben wir den hier. Hier, 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 hier. Und dann geht der auf Platten 1. So. Dann ist der außer, außer Kontrolle. So. Wir haben aber noch ein Kabel. Oder nicht? Deshalb, das verstehe ich nicht. Wenn wir jetzt Gate 4 haben. Wir gehen hier auf blau. Dann geht der hier rein. Wo geht der dann weiter? Auch wieder auf blau. So. Blau ist dann hier unten runter. Da. Ach, Moment. Stopp. Ist der jetzt auf blau? Ne, der ist auf rot. Der geht hier auf rot. Das heißt, der kommt hier rein. Und da geht er dann auch auf rot weiter. Das heißt, hier geht er runter. Da. Geht er runter. Und dann geht er auf Button 1. Da. Button 1. Das ist aber verkehrt. Das ist aber verkehrt. Oder wie? But Nines. So. Jetzt haben wir aber mehrere Kabel, die hier reingehen. Zum Beispiel der da. Der da. Muss dann auf blau gehen. Und dann kommt er von hier. Und muss hier auf rot gehen. Und der hier. Müsste dann auch auf rot gehen. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt doof. Ganz ehrlich. Tatsache ist, die gehen jetzt da unten nicht mehr an. Geht's 1 bis 3 sind broken. Und Button 2 ist auch broken. Das heißt, es müsste alles über Button 1 laufen. Und Button 1, wenn ihr mich nicht irrt, ist der. Weil der ist broken. Oder wie? Hier war ja sonst nichts. Oder war hier sonst irgendwo was? Ich guck nochmal hier oben. Vielleicht bin ich auch an der ganz falschen Stelle. Aber ich glaub nicht. Weil eigentlich sollte ich ja mit dem Zug fahren. Eigentlich sollte ich ja mit dem Zug fahren. Und dann sind wir wieder hier. Tja, das ist jetzt die Frage. Hat das überhaupt damit zu tun, da unten? Oder hat das eher hier mit zu tun? Dann würde das nämlich heißen, Freunde. Dass wir den da... Den da aktivieren müssen. Äh, ich mach nach unten. Dann hat das gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern... Boah, was ruppendet der so? Das ruppendet so. Outflow override. Nee. So, pass mal auf. Aber wir haben ja jetzt die alle an. Pass mal auf. Wir machen jetzt mal folgendes. Und der müsste dann auf blau. Und der müsste auch auf blau. Ist richtig. Der müsste dann auch auf blau und der müsste dann auf rot. Nur für den Fall der Felle. Boah, der ruckelt. Hilfe! Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen jetzt gerade durch den Schacht, wer weiß wie viele, geklettert. Warte, jetzt guck ich mir das hier oben nochmal an. Nö. Oder? Warte mal. Nö. Aber warte mal, vielleicht müssen wir erst mit unserem Zug, Zug, Zug weit genug da reinfahren. Willst du mich äppeln? Warte mal. Jetzt haben wir wieder so eine Anlage hier. Aber wenn ich mein Glück wieder erkenne, haben wir keine Chance da reinzukommen an den anderen Zug, oder? Oder doch? Mal gucken. Mal gucken. Talalalalalalalalala. Wir klettern mal hier drauf. Ah ok. Was ist hier? Wahrscheinlich nichts. Hm, na toll. Wir klettern mal zurück. Also der Zug ist definitiv, so, der Zug ist definitiv defekt, defekt, kaputter Zug. So, da frage ich mich, warum muss ich die Weiche denn umstellen? Die springt doch... Eigentlich springt die von alleine. War das denn jetzt so richtig? Hätten wir das vielleicht von vornherein so machen können? Wir fahren mal einfach. Da geht das Tor auch schon wieder zu. Ich fahre mit dem Mini-Train, Mini-Train, Mini-Train. Nö, wir rufen ja, dass man immer... Was haben wir hier? Sesam, öffne dich. Natürlich. Und dieses Tor geht nicht open. So, warte mal. Oh, scheiße, die geht ja auf. Habe ich jetzt alles richtig gemacht, oder was? Ach du Deiwel, ey. Heide, nein. Ja, anscheinend, ne, oder? Da müsste ich jetzt echt einen Spielstand nochmal laden, um zu gucken, ob das alles richtig war. Bist du, was ich jetzt mache? Nein, das mache ich jetzt nicht, oder? Nur, um mich zu überzeugen, dass es auch alles richtig war. Ruhe hier. Nein. Ich vermute mal, dass es richtig war. Sollen wir jetzt einfach da reinkriechen? Oh! Nö, 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 nö. Wir gucken erst mal hier unten. Vor allen Dingen in den Ecken. Da gibt es immer Six Packs of Spare Batteries oder Batteries for the Camera. Was haben wir denn hier? Ah. Wird. Wie jetzt? Ein lenkbarer Einkaufswagen. Da hat sich doch irgendeiner den Spaß erlaubt, oder? Aber hier haben wir wieder eine Luke. Die ist natürlich zu. Keep out, Pilze! Pilze! Hm. Seltsam. Hier ist eine Fluttür, da gehört ein Rad rein. Und da haben wir ein Rad. Sag mal, willst du mich veräppeln? Wahrscheinlich ist da wieder ein Riegel, den wir nur von der anderen Seite aufkriegen. Also, warte mal. Das geht ja gar nicht hier. Jetzt kletter ich da durch. Aber nicht ohne vorher zu speichern. Nehmen wir mal zwei. So. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Ach, guck mal. Boah. Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Oh. Guckt mir vor wie im Irrenhaus. Ich meine, im Irrengarten, oder? Da geht es irgendwo hin? Und da geht es auch irgendwo hin. Hier geht es aber nirgendwo hin, wo wir rauskommen. Und hier! Hier! Hier lädt er wieder. Was? Warum? Ich will doch Minitrain fahren. Hey! Du kannst mich doch jetzt hier nicht einfach weiterschicken. Ich wollte doch Minitrain fahren. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair, Freunde. Ich wollte Minitrain fahren. Und jetzt? Komme ich hier irgendwo raus, wo ich nicht rauskommen will? Na toll. Oh nein. Nicht wieder Ventilationen. Ventilationen. Na doch. Ventilationen. Bin ich hier? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nur eins. Hier brauchen wir keine Taschenlampe. Tack. Und einfach nach unten. Da oben, der ist ordentlich am Eumeln. Und unten ist Wasser. Wir gucken uns den Zwischenweg an hier. Natürlich. Geht natürlich auch auf. Ist ja klar. Was? Da ist alles zugeschüttet. Und da hinten ist eine Door open. Nein. Eine Door. Schon lange keine tödliche Falle mehr gekommen. Eine Fluttür. Na, dann machen wir sie doch mal auf. Schauen wir mal, was dahinter ist. Bam. Und die bleibt da offen. Aber wir können die von der anderen Seite nicht. Wir haben hier den Wartungsbereich. Maintenance. Hm. Aber ohne Rädchen. Kein Beetchen. Nein. Äh. Quatsch. So. Klettern wir mal hier runter. Freunde. 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 Wofen. 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 Warum ist es so am Knarren? Warum bin ich der Meinung, dass hier unten alles voll mit Wasser ist? Ist aber nicht. Ach du heiliger Scheiß. Ach du scheißiger Heiliger. Oh. Warum bin ich der Meinung... Was? Wiss. Was ist denn hier los? Wo sind wir hier? Wieso Auto? Ich will LKW fahren. LKW. LKW. Was? Was? Klar, wir können jetzt hier überall, aber ich glaube mal nicht, dass wir hier jetzt rauskommen. Wär zu einfach. Hey, wir sind fast am Ausgang oder wie? Hier ist irgendwie... Hier ist irgendwie... Ah, guck mal. Oh, shit. Kann ich den jetzt rufen oder was? Hallo? Aha. Wäre ja zu einfach, also müssen wir da jetzt hochklettern. Einmal hinauf. Was? Komische Geräusche hier. So. Einmal das Gerüst hinauf. Ich bin aber die Inspekteurin, nicht die Bau... B-b-b-b-b-b-b-b... Was? Ah, okay. Nicht die Bauarbeiter, Miri? Aha. Uh! Scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Uh! Was ist das? So. So. Ah. Da müsste so halb drauf sein, so. So. Wäre doch cool. Ah! So. So. Dann müssen wir hier so... Dann müssen wir hier so... So. 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 Dann hier so. Dann hier so. He he. Und dann hier so. Ja! Okay, hier haben wir auch noch ein paar Äumels. Schauen wir mal. Ah! Na toll. Von wegen. So. Auf, der geht jetzt auch runter, oder was? Nö, der nicht. Ich... Ich... zu einfach. Was steht hier alles? Manuell. Nach unten. Was steht da? Auto down. Unused. Auto down. Motor 1 aus. Manuell up down. So, der muss drin sein, die anderen müssen draußen sein. Aber der hat immer noch keine Power. Weil der noch nicht an ist. Schlaues Kind. So. Und ab geht's nach unten. Natürlich nur zum Kuh. Wenn ich jetzt den manuell rausnehme. Die Frage ist, warum muss ich überhaupt mit dem Ding nach unten? Vielleicht muss ich auch nach oben. Welchen Sinn macht das jetzt nach unten? Muss man gleich oben gucken. Vielleicht muss ich auch oben. Vielleicht muss ich auch nach oben. Warum willst du denn nach unten? Wer will denn nach unten? So, ab nach oben. Ist ja cool, ne? Muss man ja so sagen, ne? Nur das Knirschen, das gefällt mir nicht. Aber wir haben ja den Emergency ganz schnell da drauf. Aber ich glaube, das geht dann nur... Ich glaube, dann schaltet der den Manpower auch aus. Das wollen wir ja dann nicht. So, guck mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Und Freunde, ich glaube, wir müssen eine Zwischenstation erreichen. Aha. Nö. Noch höher geht's aber auch nicht. Aber irgendwie müssen wir noch höher. Oder wir müssen über die andere Seite hoch. Hm. Obwohl, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Ich schalte mal auf manuell. So. Und dann ist das so. Ja, genau dafür brauchen wir nämlich die Kisten. Pass mal auf. So, jetzt gehen wir mal mit der Kiste nach oben. Oder auch nicht. Ich bin ein fliegendes Etwas. Mit der Kiste nach oben. Ist aber nicht. Warum nicht? Da ist ja auch noch so ein Ding ins Bums. Jetzt mal auf. Vielleicht können wir da nur nicht direkt hoch. Oh, shit. So. Aber ich kann auch die Kiste da vorbei. Komm, hör auf. Äh, nein. Nicht die Treppe runter. So. So. Guck mal. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir das nicht hinkriegen. Da brauchen wir noch eine Kiste. So wie wir das gerade geschafft haben, macht das Sinn, oder? Oh. Dann müssen wir nämlich da so ein bisschen hoch. Oh Gott. So. So. Und jetzt den mal so wieder ein Stückchen. So. Jetzt brauche ich eine Kiste. Ich bin nämlich der Meinung, ich muss noch eine Kiste von unten hoch holen. Woop. Woop. Da, die da. Ach ne, geht ja gar nicht. Wartet. Woop. Hm. Nää. Ich meine, ich könnte auch da hinten probieren, aber warum? So. Aber ich krieg die ja nicht hoch. Hm. Das ist doof, ne? Ich krieg die... Ich krieg die weder hoch noch vorbei. So. Wir versuchen das jetzt auf der anderen Seite. Okay. Die andere Seite ist zu. Completely closed. Soll das heißen, wir sollen jetzt hier alle eine Leiter bauen, oder was? Pass mal auf, wir versuchen. Ach shit. Das war jetzt mein Weg nach oben, ne? So, pass mal auf. Zack. Da bräuchte ich ja ein paar Kisten mehr. Ich meine, ich kann die natürlich auch alle runterschmeißen. Klar, logisch. Hab ich überhaupt kein Problem. Pass mal auf, schmeiß ich die alle mal runter. Überhaupt kein Problem. Alle da runter. So. So. Bä. Bä. Bäms. Wenn ihr meint, dass das die Lösung ist. Die auch noch darunter. Und ich gleich. Das war knapp. Und ich gleich hinterher. So. Habe ich mein Glück wieder erkenne, brauche ich wieder ein paar Kisten mehr. Weil von da nach da wird das wahrscheinlich nicht klappen. So. So, ich versuch mal. Natürlich. Also nehmen wir alle Kisten. Das macht Sinn. Zumindest von der Anzahl her. Da müsste es klappen. So, passt auf. Ja, warum denn auch direkt? Wir können doch lieber so. Jetzt kommt die letzte Kiste. Wenn das schief geht, Freunde, dann haben wir hier ein mächtiges Problem. Okay. So, wir gehen jetzt hier. Lalalal. Oh. Hallo. 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 Okay, das war wohl nicht die Lösung. Es sei denn, wir müssen das am Führeraus machen. So. Am Führeraus. Allerdings liegt da. Aber das ist nicht schlimm. Das können wir individuell machen. Individuell. So. Da kommen wir vor wie so ein Stapelgabel. Ich bin eine Stapelgabel und ich muss darauf. Na, das Führeraus ist ein kleines wenig tiefer. Und da oben sind auch wieder Kisten. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber wir müssen es wenigstens probieren. Vor allem macht es ja keinen Sinn, dass wir dann mit diesem Eumel da fahren können. Aber wir probieren es. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay. Jetzt werden wir schon mal hier fünfmal. Jetzt werden wir schon mal hier drüben. Hier ist eine helle Tür. Die ist aber zu. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben, wo die Geister toben. Da ist was. Ach, guck mal. Da ist eine Hütte. Auf der anderen Seite. Noch können wir hin. Na toll. Natürlich. Natürlich. Was haben wir hier? Sag mal, geht's noch? Ah. Mach mal das Licht mal an, wa? Zistern. 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 Report. A45. Zistern. Bank is still clearly lobbying against this building project. No must of the project is on ice until the question of founding is resolved. We try to tell them how close we are finished this project, but they still think the Zistern is a very high security problem to the bank. They don't seem to understand that it's much bigger issue if this place gets abandoned. The Bergman group needs money to finish the work, but they froze the bank account and stopped giving us loan. The Starbucks Bank has received the report of a number of influential people requiring to pull this project down. Fick. Oh. Das war, was, 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 was. Eine Puppe. Haben wir denn hier irgendwas? Nur Informationen. Toll. Und dafür bin ich jetzt hier rein. Okay, hier ist eine Tür. Die bringt uns nicht weiter. Also, Freunde, wir müssen da irgendwie... Da oben, da ist grün. Habt ihr gesehen? Da irgendwie drauf. Okay, neuer Versuch. Zack. 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 So. Zack. Ich könnte ja theoretisch. Oder auch nicht. Könnte ich theoretisch? Nein, ich könnte nicht. Aber vielleicht kann ich so. Nein, kann ich nicht. Oh. Äh. Hallo? Äh. Das bringt mir ja nicht viel hier, oder? So. Das bringt mir überhaupt nichts. Also, versuchen wir mal. Das ist irgendwie noch nicht so ganz fertig. Wenn ich das richtig sehe, die Seite hier aber auch noch nicht, oder? Gucken wir mal. Nö. Genauso wenig fertig wie die andere Seite. Ja, ich könnte mir erzählen, was ihr wollt, aber ich glaube, der Weg geht doch da drüben weiter. Was ist denn hier? Hier habe ich ja noch gar nicht geguckt. Hier habe ich ja noch gar nicht geguckt. Also, ich glaube, die andere Seite. Ich glaube, ich habe noch nicht viel zu verbreiten. Was ist denn da drüben? Ich denke, ich habe noch nicht mehr đâu. Ich habe noch nicht mehr Zeitgekriegen. Nicht mehr. Ich habe noch nicht mehr Zeitgekriegen. Aua, es hat wehgetan. Warte mal. Doch, krieg die doch hoch hier. Hier krieg ich sie hoch. Zack. Da krieg ich sie hoch. Das heißt, wenn ich da Dinge runterfahre, dann habe ich sie ja eigentlich oben. Ist das der Weg zum Erfolg? Wir versuchen es einfach mal. Zack. Einmal, zweimal und hüpfen. Oh, nein. Sie war zu weit nach hinten. So, leh ein bisschen weiter hier rüber. Näh. So. So. Einmal, zweimal und hüpfen dreimal. Aber wenn ich das Ding jetzt ganz nach unten fahre und mache mit den Dingern voll, müsste es ja eigentlich klappen. Wenn ich die dann alle oben habe, warum nicht? Hm? Wäre ja auch eine Logik, ne? Weil dann komme ich da oben auf den letzten auch drauf. Pass mal auf. Wir fahren das Ding mal nach ganz unten. Auto down. Achso. Da muss ich den rausnehmen. Auto down. Main power. Okay. Dann baller ich das Ding hier voll. Mit Kisten. Na ja, so werde ich hier noch irgendwie drankommen an den Schalter. Das reicht ja eigentlich, oder? Obwohl, der kann ja auch ganz nah rein. So. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erst mal. Ciao. Ciao. Ciao.